ach so ja ich glaube da fährt ein feindpanzer vor uns links 11 uhr ist ein stankhau und weiter auf die straße vor uns und dann links um ich glaube nicht dass er gemerkt hat dass wir hier sind sehr suspekt 9 uhr 9 uhr 9 uhr hier auf 9 uhr ein drehen das wird jetzt ätzend links 9 uhr 10 uhr und weiter vor und dann gleich hinterm haus links jetzt links und hier halt ich der ist wahrscheinlich unter dem zweistöckigen gebäude wir haben jetzt ganze zehn sekunden weil sonst kriegen wir einen panzer hinten rein wir kriegen panzer hinten rein drei uhr auf drei uhr ein linken daimler er ist schon dran direkt am panzer er ist gerade vorbei die eindrehen und feuer schön ok jetzt 9 uhr vor und links vor und links vors haus und am haus dann links vorbei auf die straße genau jetzt links genau 9 uhr auf 9 uhr ein linken und jetzt quasi langsam vor zurücksetzen 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 weiter 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 der hängt fest und halt zu hoch alles gut den kriegst du da ist noch ein stück der fährt nicht richtig an der macht falsch treffer der hängt fest der hängt an dem baum stück zurück stück zurück stück zurück ja zurück zurück und halt zerstört auf 9 uhr auf zwölf drehen fahrer auf 9 uhr daimler hat irgendwas noch zerstört ok alles gut ne daimler stück hat gerade zerstört was auch mal da stand alles gut feind panzer zwölf uhr ja ja churchill ist das war da nicht bewegen turm nicht bewegen ok dann am baum direkt genau 200 meter ist das treffer abraller ok naja ok dann einfach draufhalten der sucht der weiß nicht wo wir sind schön kommandant hat sich zerbröselt kommandant zerbröselt ist auch gut ähm ja zu hoch zu hoch fährt nach links weiter wo schießt der denn hin ich seh nicht mehr zu hoch direkt auf marke ok treffer durchschlag stück kommt auch langsam ran die werden ja ist eher relevant wenn man einfach weiter hat offensichtlich die bewegung auch abgegeben schießt auf mich scheiß wir haben spätwagen hinter uns macht den fertig wir müssen dann tanzen motor an motor an und jetzt zurücksetzen und nach rechts lenken quasi auf 4 uhr direkt einfach zurücksetzen eigentlich die fronten auf 4 aber ok dann vorwärts jetzt vorwärts und nach links also fahr mal rüber aufs feld raus richtung ausgebotenen stakehound und dann weiter genau jetzt haben wir ein bisschen platz jetzt wenden einfach schleunigst 180 und weiter 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 da steht der stecker und kann sein schön ok und jetzt zurücksetzen und nach links der feld ist links raus er fällt jetzt rechts raus jetzt zurück auf die alte position nach rechts lenken nach rechts so dass die kanon nach rechts schwenkt genau weiter 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 ok der ist erstmal hinterm haus hier halt so halt hat sie kann nur noch bewegen ok wo ist dann jetzt die front ok setzt mal zurück die stück wurde gerade geschossen wahrscheinlich vom stackhound ja vom stackhound aber da ist noch was auf dem feld da müssen wir jetzt schon alles raus ok fahr uns mal gleich jetzt auf 9 uhr raus wir müssen reparieren wir nutzen die häuser als deckung wenn er jetzt wieder ankommt müssen wir wieder tanzen das sehen wir dann der ist auf 3 uhr ja ja auf 3 uhr einlenken auf 3 uhr einlenken die straße runter ist rechts am haus vorbei oder er wird aufs feld fahren der fährt rechts alt 1 uhr 2 uhr 1 uhr 2 war nur nach rechts genau und halt 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 jetzt aber schön zerstört gut die ab zur reparatur geht es durch geht es durch ja wunderbar gute arbeit dann hier einfach vor und am haus links raus ja wahrscheinlich auch wieder äh die stackhounds und sowas ja äh ja auch ne ok auf 1 uhr einlenken rechts der häuser vorbei auf 1 uhr jetzt 2 uhr ähm das stück wird grad von firefly beschossen fahr mal auf das große zwei oder drei stückige haus zu frontal da ist so eine lücke in den häusern da müssen wir durch scheiße stück ist geplatzt ok einfach trotzdem da durch und dann gucken wir mal sollen wir nicht links vorbei fahren ne ne in der lücke durch weil dann können wir einfach gerade wieder zurück und haben wieder alles gedeckt das ist genau richtig alles klar der firefly müsste nämlich jetzt direkt vor uns auftauchen genau da ist er ok Panzer halt ah der rafft was der kommt aber nicht weg ok ist weggeblieben ja der hänge am hauswert ja der hänge am hauswert jo netter versuch schön sehr gut gut dann langsam vorrücken auf die firefly leiche zu aber wirklich schritttempo ja genau das denke ich nämlich auch wir müssen die augen aufhalten und dann machen wir hier halt da haben wir bessere sicht wir warten mal ob das jetzt einen aufgeschreckt hat und der jetzt hier vielleicht rumkommt da ist was links von der scheune ja cromwell 200 meter genau lass ihn rauskommen der fährt grad vor der wird rechts am firefly vorbeikommen der wird rechts am firefly vorbeifahren wie gesagt 200 meter kriegst du einen schuss rein da komm schon der steht direkt hinterm haus der wartet einfach lass sie machen ich glaube da ist er da ist er treffer sehr schön hat sie erschreckt die schnauze kriegst du noch krieg ich noch krieg ich noch genau naja der weiß nicht genau woher kommen schön die alle aushalten heutzutage hausse krieg ich auch ja jetzt wieder ins heck einfach durch den Busch durch links am baum vorbei das war der baum das passt aber der weiß nicht was er tut das ist schön mit Toffquark Toffquark Schätze sehen treffer alles gut ja jetzt unter den Turm ziehen wir mal unter den Turm direkt einen rein der sucht immer noch da ist unser den rechnen wir uns trotzdem an ok dann fahr mal weiter hier links raus zu den Häusern da dann gehen wir da mal auf die Straße das ist der Puma ok hier halt ja direkt Firefly halb 1 treffer ich kann doch schätzen wo die Seite ist ja ist halt unter dem Turm links ne setzt zurück der weiß nicht wo wir sind der Puma soll mal ran da müssen helfen hier nicht dass wir Hilfe brauchen aber der kann ich erzählen äh sponsorieren mal auf dem Map guter Punkt guter Punkt ja der weiß gar nicht was der tut den haben wir der roll gleich raus hinterm Haus rechts müsste er wieder raus kommen ich glaube er wird zerstört fahr mal vor wir machen Druck und dann holen wir uns nämlich Central West dann pusten wir die anderen da noch raus einfach der Straße erstmal folgen hoch dann haben wir recht schnell einen Winkel Firefly schießt nämlich noch wir müssen den Puma retten kannst Turm schon mal auf 2 drehen fahre einfach genau so weiter und halt wir haben eine Sicht Panzei Panzei schön ok jetzt Wander auf 2 Uhr eindrehen und wir fahren hier mal auf den kleinen Hügel diesen Haufen hier was auch immer ok Motor an Panzer Marsch ähm Bewegungsmarke Turm auf 12 genau Wander auf die Marke ausrichten wir fahren auf das Feld rauf da wo offen ist zwischen den Büschen und holen uns den einfach wir haben eh nicht mehr viele Tickets das äh den Spaß können wir uns gönnen genau da kriegt auch irgendwas Beschuss schon äh auf 11 Uhr 11 Uhr jetzt Panzer Halt auf 11 Uhr eindrehen und Halt da steht er 200 Meter na 300 vielleicht Treffer da ist er stabil das ist der erste Zerkwanzpitalien wir brauchen den Porten Central wir brauchen den Porten Central das hilft ihm nicht sauber ja den kriegst du locker noch weg guck mal was der da macht der ist voll am rühren ja schön wir haben das genau 12 Uhr genau 12 Uhr könnte noch was sein von uns äh oder 1 Uhr ja irgendwie abpraller au genau schön einfach dran bleiben ich verstehe auch nicht das ist irgendwie schlimmer geworden gefühlt sehr schön fahr mal direkt auf den zu wir gucken ob da noch mehr lauert hat die uns abgeraucht worden da war glaube ich noch was also ja eben ich glaube auch da schießt noch irgendwer auf unsere 1 da wurde auf irgendwas geschossen von einem von unserer 9 ja genau ja ich sehn ok äh fahr mal rechts wieder raus auf 1 bis 2 durch die Buschreihe genau jetzt hoch und auf 1 Uhr und halt äh warte nicht bewegen da ah scheiße ok weiter vor direkt da wo der Puma Rad fährt auf den Baum zu direkt geradeaus zu wir müssen auf dieses Kornfeld äh auf diese leichte Erhöhung da kriegen wir den da schießen mehrere ok egal wir machen es trotzdem einfach wie gesagt da wo ich äh an den Baum da voraus der Firefly beschießt den Puma einfach geradeaus ne noch nicht der beschießt den Firefly auch der würde sich gleich wundern wenn statt dem Puma ein Tiger über den Hügel kommt scheiße ok der wundert sich doch nicht mehr hier halt wir haben Sicht halt ja Treffer bisschen höher aber war ein Treffer sehr stört super uh der Schuss ging drüber ey ja das war sein Schuss der hat noch einen abgegeben der Schuss ok Wander auf 11 Uhr einlenken ok Wander auf 11 Uhr einlenken wir stellen uns jetzt ganz demonstrativ hier ins Feld sollen sie doch kommen nie hauptsache wir stehen gerade und dann Schiff sogar noch genau ist gut Ja perfekt. Gut, Motor aus. Sie haben uns um... Sie haben uns umsingelt, die Armeschweine. Sie haben uns umsingelt, die Armeschweine. Sie haben uns umsingelt, die Armeschweine. Auf... auf 3 Uhr. Was ist das? Im Wald? Der Gwenzler ist im Wald und schießt. Äh, könnte ein Panzer sein. Ich seh nix. Ach da, Panzer 4. Okay. Der schießt aber wahrscheinlich auf irgendwas bei Central am Hotel. Äh, halb zwölf. Firefly, 400 Meter. Unter den Gleitern. Rechts der Marke, zwischen den Gleitern. 400 Meter. Treffer. Das ist aber auch ein Gönner hier am Geschützter. Aber hallo. Schöner Treffer. Nein. Nicht mal nah dran. Au, das hat bestimmt weh getan. Er hat ungefähr 1 Kilometer zu kurz geschaffen. Ah. So knapp. Den hätte ich nicht so gewöhnt. Ja, sehr schönes Spiel, Jungs. Nein. Nein.